Es ist ja Steckdosen. Ich hab keine Ahnung. Da ist eine. Da ist eine. Hast du eine Tabler dabei? Nein. Okay, wir müssen wechseln. Und? Okay. Da steht fast links. Ganz links. Hinter dem Bildschirm. Die erste Liste. Ich bin glatt. Bitte um bitte um zu Hause. Wie kleiner als beim letzten Mal. Meine Güte, Leute, war das eng dort. Konnichiwa, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es den letzten, also vorletzten Vlog aus Tokio. Und zwar sind wir da von Nagoya, falls ihr euch das letzte Mal erinnern könnt, zurückgefahren oder hingefahren nach Tokio. Ja, da war ein nackter Mann. Und das ist unsere Wohnung in Tokio, bei der wir beim Verlassen sogar eine ganz schlechte Bewertung bekommen haben. Dabei war mir gar nicht so schlimm. Ja, und so sah die Wohnung aus. Das war gerade das Schlafzimmer, in dem ich geschlafen habe. Hier haben wir die Küche. Und das ist so ein cutes Zimmer. Das hat der Klepp gehabt. Der Mr. Ananas hat sich da reingechillt. Und es war echt richtig schön, die Wohnung, kann man echt sagen. Es war sehr nah beim Skytree. Darauf kommen wir gleich nochmal. Hier, Toilette mit Spülung. Und hier wieder, oben die Spülung mit Wasser haben. Das heißt, wenn du gespült hast, konntest du danach direkt deine Hände damit waschen. Finde ich gut. Die Waschmaschine, die keiner verstanden hat, aber wir haben sie trotzdem einmal benutzt. Und das Bad. Das ist richtig schön klassisch. Nur Bad ist also, wenn es da nass ist, dann kannst du alles überschwemmen. Da passiert gar nichts so rein theoretisch. Deswegen haben die auch irgendwie, glaube ich, gefühlt keine Duschvorhängen. Und hier einmal ein schöner Shot vom Skytree. Denn dort haben wir gewohnt. Also in der Straße, wenn du vorgelaufen bist, hast du diese Aussicht gehabt. Und das ist doch mal echt richtig schön. Und ja, genau, hier waren wir bei Moss Burger. Moss Burger ist dann einfach mal so awesome, nice, lecker. So richtig schlicht, aber richtig geil. Habt ihr bestimmt schon mal in einem Anime oder in irgendeinem Manga gelesen, Anime gesehen oder Manga gelesen. Und das war auf jeden Fall hammerlecker. Und hier nochmal ganz kurz der Skytree. Wer mich noch an meinen allerersten Japan-Vlog auf meinem alten Kanal erinnert, der weiß, dass hier, genau hier, alles angefangen hat. Eine meiner ersten Szenen habe ich genau hier gedreht. Das war am Skytree. Da war ich sofort am Stolz auf mich. Ja, da hat der Calvin seine Anfänge gemacht letztes Jahr, als wir das erste Mal in Japan waren. Das war richtig schön. Und ihr habt gemerkt hier, es ist richtig, richtig voll. Und zwar waren wir nochmal bei diesem Tempel, wo wir letztes Jahr auch waren. Da könnt ihr gerne mal dir jetzt vom letzten Jahr den Vlog anschauen. Und es war Feiertag. Und das hast du halt so hardcore gemerkt. Das war wirklich richtig unangenehm eng. Ich meine, du hast halt nicht die Japaner. Die Japaner nehmen ja richtig schön Rücksicht. Und du weißt, wo du langläufst. Und da geht alles gesittet. Aber da hast du halt auch viele Ausländer da. Und auch, ja, also viele Ausländer, Chinesen und was weiß ich alles. Deutsche unter anderem. Ja, und, aber ein schöner Markt dort. Da kann man nochmal schön Souvenire kaufen. Wenn man nochmal ein bisschen was hat. So, keine Ahnung, so kleine Gebäckstücke und so weiter. Das war ganz schön. Ich habe auch welche beim Fotoshooting gesehen. Das war richtig putzig dort. Aber wie gesagt, ich verweise hauptsächlich nochmal zurück. Aber jetzt sehen wir erstmal hier der Kev. wie er Geschenke gekauft hatte. Der hat nur den Teuersten, das Teuerste vom Teuersten gekauft. Für seine Mama, glaube ich. Ich glaube, grüner Tee war das. Und hier nochmal eine Zeitrafferaufnahme. Damit ihr seht, wie viele Menschen das waren. Das war der Tempel. Wo wir letztes Jahr, da haben wir, glaube ich mal, irgendwas am Spieß gekauft. Und dann sind wir direkt weiter gedüst nach Akihabara. Und zwar, da haben wir uns ja ewig lang drauf gefreut, dass wir da nicht mal Figuren kaufen können. Und ich hatte auch ganz schön was eingekauft schon. Und hier, da, Overlord, ist das nicht geil? Und da war auch, also ihr seht, die Straße ist komplett gesperrt gewesen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, weil wahrscheinlich Wochenende oder beziehungsweise Feiertag war an dem Tag. Und hier, siehst du jetzt nochmal, da vorne waren wir mal im Mate Café drin. Vielleicht wart ihr da auch schon mal. Und ja, hier Taito, schön die Game Station. Card Trader für jeden, was dabei, jeder Otaku wird da auf seine Kosten kommen. Das ist auch nicht schön sein. Hier ist meine Kamera, okay? Danke. 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 Vielen Dank. Ganz einfach awesome, lecker, geil. Da kann man echt nichts sagen. Und das Ding hat, ich schwörs euch, nicht mal 4 Euro gekostet die Portion. Und hier, mein erster Einkauf. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Das war mein erster Einkauf. Und hier nochmal Akihabara bei Nacht. Damit entlasse ich euch diesmal von diesem Vlog. Und das nächste Mal sehen wir noch den Rest von Tokio. Und ich habe euch auch eine Figur mitgebracht. Die wird dann auf Patreon verlost. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sayonara, ciao!